Moin, Servus und Hallo! Herzlich Willkommen zu einem Reaction Video von mir, euren Gerrenbauch, zu dem kommenden DLC Labrador Retriever für The Hunter Call of the Wild. Und ich bin nicht alleine, denn mein treuer Jagdpartner, der Floki, ist auch mit dabei. Hallo! Guten Abend! Heute machen wir mal ein Dual Reaction Video. Der Floki hat den Trailer noch nicht gesehen. Ich allerdings schon, habe mich auch schon ein bisschen vorbereitet mit ein paar Daten. Ich habe mir gedacht, wir gucken uns jetzt das Video mal alle gemeinsam an, noch ganz kurz mal. Und der Floki und ich, wir reden dann ein bisschen drüber. Ich werde dann die paar Daten, die bereits veröffentlicht wurden, zu diesem DLC kurz vortragen. Und danach gehen wir beide dann nochmal mit unseren Bluthunden mal auf eine kurze Jagd, mal gucken, was wir denn so finden, um euch das Bloodhound DLC, was noch aktuell 399? Ich glaube 399 war es, ne? Genau, ja. Noch 399 kostet, soll ja dann Anfang nächsten Jahres auch teurer werden. Vielleicht habt ihr Interesse, euch den Bluthund jetzt doch nochmal zu holen. Alles klar. Ja, dann würde ich mal sagen, Floki, wir starten jetzt meinen Trailer. Okay. Er kommt doch schon angelaufen. Als er das schon gesehen hatte, dass er da schon den ersten Hasen anschleppte, dachte ich mir, wow, cool. Das konnte der, das konnte der, das konnte der Bloodhound nicht. Ja, das stimmt. Ja, schönes, knackiges kurzes Video, ne? Ja, wie wir es kennen, ne? Also, äh, Laborador Retriever, ein größerer Hund als vorher. Ja. Ich bin der Meinung, der hätte, ja. Also, ich bin auf jeden Fall begeistert. Also, ich freue mich da schon regelrecht drauf. Äh, das spart Zeit und Muße, äh, hinterherzulaufen und, ähm, ja. Bestimmt ein fleißiger Helfer, den kann man gut gebrauchen als Werkzeug. Und natürlich auch als besten Freund, den man mit hat, wenn mal der Sebi nicht dabei ist. Ja, den, den, den Bloodhound, den hast du ja vor allen Dingen viel genutzt in, äh, in der Umsetzung als, in Klammern, Werkzeug halt, ne? Logischerweise, ich war dann jetzt nicht so der, ja, der Partnertyp. Ja, also, ich hab den quasi hauptsächlich benutzt, wenn ich mal eine Fährte, äh, nicht wiedergefunden hab oder sowas. Und da, das verzwickt war und, ähm, da 15, äh, Spuren aufeinander gelaufen sind und man partout nicht erkennen konnte, wohin jetzt der Trichter zeigt und dann hab ich den doch mal irgendwie, wird das Zelt aufgestellt, den Hund rausgeholt und dann mit ihm quasi die Spur wieder aufgenommen. Dafür ist er echt super gewesen. Ja. Ja. Nicht nur, weniger. Ich bin persönlich der Meinung, dass man eigentlich diesen, äh, den Labrador Retriever eigentlich hätte zuerst bringen sollen müssen, weil, also, ich fand jetzt an dem Bloodhound jetzt nicht unbedingt, äh, so viel Positives gut mit der Fährte lesen war in Ordnung. Er konnte dann halt ja auch, äh, dir die Richtung geben. Aber, das soll sich ja jetzt alles ändern. Wie gesagt, wir sprechen hier über den, äh, über das Labrador Retriever DLC, was am 28. November 23 für The Hunter Call of the Wild rauskommt. Und, ähm, ja, die Entwickler haben sich dabei natürlich auch ein bisschen was gedacht. Und zwar, der Labrador Retriever ist, in Klammern, jetzt denn, wenn er erscheint, wird intelligenter und vielseitiger als der Bloodhound im Grunde und ermöglicht es, äh, uns, ja, virtuellen Hobbyjägern halt, äh, eine neue Art und Weise des Jagens zu beschreiten. Also, ich hab da jetzt mal rausgesucht gehabt, in der groben Beschreibung, die sie gegeben haben, dass, äh, dieser Hund, äh, ja, die Möglichkeit besitzt, auf Kommando jedes Kaninchen, jeden Hasen, jeden Wasservogel, jeden Hochlandvogel an Land und, äh, ja, aus dem Wasser herauszuholen, beziehungsweise zu apportieren. Floki, das klingt schon mal geil, ne? Das klingt gut. Na, schade, dass es dann nicht Elche kann, zum Beispiel, oder Bären, Grizzlies, wäre natürlich auch interessant. Ha, ich stelle mich doch vorher. Das wäre schon cool, aber, ja, gut, bei kleinen Tieren ist das schon okay. Also, das ist teilweise ja auch müßig, da hinterher zu suchen, ne? Genau. Was ganz cool ist, Ich meine, wenn die in den See stürzen, ja. Ja, wenn du in den See stürzen musstest du bisher immer, immer elendig lange warten, bis das angespült wurde. Genau, das wollte ich sagen. Wenn du relativ weit, ähm, ja, eine Ente irgendwie erlegst, noch in der Luft, und die dann, äh, gefühlte fünf Minuten braucht, bis sie dann irgendwann mal zum Rand gedümpelt ist, dann bin ich gespannt, wie die Umsetzung ist. Ähm, ob der Hund dann wirklich da reinschwimmt, oder, ähm, relativ schnell reinschwimmt, oder genau so schnell schwimmt wie die Ente, oder wo da der Vorteil ist. Das bin ich echt gespannt. Genau. Und da sind wir jetzt auch schon beim, beim nächsten Thema, was die Entwickler so ein bisschen angesprochen haben, oder, also, an, äh, ja, angetitelt haben. Äh, der Labrador wird tatsächlich auch die Möglichkeit, oder wird es, wird ein, eine Reihenfolge, oder eine Prioritätenmechanik besitzen. Das heißt, wenn man, äh, wenn man den ersten Vogel abschießt, und danach den zweiten, und danach den dritten, der Hund setzt die Priorität nach Reihenfolge der abgeschossenen Tiere. Das, äh, und laut den Entwicklern wird der Hund das natürlich auf Kommando, logischerweise, wird nicht sofort lossprinten, wenn du den ersten erschossen hast, sondern, wenn man erschossen hat, und das nächste, den nächsten Vogel erschossen hat, oder das nächste Kaninchen, weil das sind ja meistens so Schwarmtiere. Also Tiere, die wirklich, äh, vermehrt auftreten. Also, der, der Floki, der hat ja die beste Erfahrung darin, die Kanadagänse, ähm, da, so ein bisschen, ja. Ja. Und auch Herdtiere, die immer nur nicht vereinzelt kommen, ne? Genau. Stimmt schon. Und, äh, da wird das, da wird das Spiel, beziehungsweise, dass, äh, das Tier halt die Priorität darauf setzen, wo man zuerst angezielt hat, und was man auch zuerst abgeschossen hat, und dann wird er der Reihenfolge nach seine Prioritätenliste abarbeiten und das Tier zu einem bringen. Finde ich sehr geil. Ist, äh, gerade bei diesen, ja, äh, Tierarten doch relativ hilfreich, ne? Genau. Das, äh, sehe ich auch so. Also, ich bin wirklich gespannt, wie sie das umgesetzt haben, und ich hoffe, dass auch der, äh, der Bluthund das auch implementiert kriegt, da ich ganz gerne mit dem bis jetzt auch mal gespielt habe, und ich, ähm, nicht unbedingt sicher bin, ob ich lange mit dem Labrador spiele, weil ich mich schon an meinen, meinen Bluthund heißt Gary, und mit dem spiele ich schon, der ist Level 21 von 30, also ist schon ein guter Companion von mir, und ich fürchte, da werde ich treu bleiben bis zum bitteren Ende bei ihm. Äh, auch wenn ich mir das natürlich gerne angucke mit dem Labrador und fähig. Bin mal gespannt, ob man noch zwei Hunde laufen lassen kann, das wäre natürlich auch eine spannende Sache, äh, das vielleicht zu kombinieren und beide aus dem Zwinger zu nehmen, das wäre natürlich cool, echt. Ne, mal gucken, das, äh, den Gary werden wir uns ja gleich ansehen, wir werden nämlich zum Schluss noch ein bisschen Gameplay zeigen, ähm, wir müssen noch eine Runde den, äh, Bloodhound vor euch spielen, um mal ein paar Eckdaten zu zeigen, weil noch ist er, noch, noch ist er billig, äh, der wird sich dann Anfang nächsten Jahres verteuern, hatte ich, glaube ich, schon gesagt, aber noch mal ganz kurz zu, äh, äh, den Features, die der Laboratory-TVer bringt, kurz und knackig gesagt, die Entwickler betiteln es schon mit anderen Worten, es ermöglicht euch ohne Unterbrechung euer nächstes Ziel zu suchen und, ja, zu jagen, ohne dass ihr dann noch 10 Kilometer hinterher rennen müsst, irgendwie, weil der Vogel vielleicht zu spät noch getroffen wurde und dann irgendwo ins Dickicht gefallen ist, sondern man kann sich gleich drauf weiter konzentrieren. Eine weitere Neuerung ist, äh, man kann jetzt auch Männchen und Weibchen unterscheiden, also einstellen, und es wird für den, für den Laboratory-Retriever gleich 7 einzigartige Fell-Variationen geben, und zwar Schwarz, Gelb, Schokolade, Silber, Anthrazit, Fuchsrot und Champagner. Ja, ja, das sind so die ersten Eck-Daten, ja, also, was meinst du, so sieben Fell-Arten? Ja, ich denke, man ist für jeden was dabei, ne, also, ich preferiere natürlich ein schönes helles Fell, so wie auch im, im Teaser jetzt mal angezeigt, äh, die mag ich am liebsten so von der Optik her, und, ja, eine Bekannte von mir hat auch so einen, und den mag ich sehr gerne, deswegen wird er wahrscheinlich auch dementsprechend wahrscheinlich ähnlich aussehen, bei mir natürlich persönlich. Aber es ist ja, Geschmäcker sind ja unterschiedlich, von daher, ist genug für jeden dabei, denke ich, bei sieben Fell-Arten. Genau, bekannt, äh, auch bekannt, äh, übrigens, äh, hatte ich jetzt noch nicht aufgelistet, äh, Floki, es wird das gleiche Talentsystem geben, was wir bereits aus dem, äh, aus dem Bloodhound kennen, nur halt spezifizierter als bisher, ne, logisch, auf die neue Art und Weise, auf die neuen Möglichkeiten, aber, je länger man sich mit dem Tier beschäftigt, und es pflegt, und so weiter, desto besser und effektiver ist es auch, ne, also, das ist geblieben, zum Vorigen, und jetzt komme ich eigentlich zu dem eigentlichen Punkt, was man noch beachten sollte, denn, die Entwickler verfeinern, also, bringen mit diesem Hund, mit dem Labrador, nicht nur eine extrem verfeierte Version des Bloodhounds heraus, auch was das Hundeverhalten angeht, nein, sie entwickeln das auch weiter, und werden das auch auf den Bloodhound DLC übertragen, deswegen, jetzt schon mal die Ankündigung der Entwickler, sie werden den Preis des Bloodhound DLC von 3,99 auf, ja, wir haben momentan nur Dollarangaben, aber ich würde mal so schätzen, 5,99 oder 4,99 werden es auf jeden Fall werden, der Preis für den Labrador Retriever, der ist tatsächlich auch auf 5,99 Euro gesetzt, laut aktueller Umrechnung liegen wir bei 5,52 Euro, da sie ja solche Preise nicht reinbauen, gehe ich mal eher davon aus, es werden entweder 4,99 oder 5,99 auf uns zukommen, wer also den Bloodhound noch haben will, der kann ihn jetzt noch bis Anfang nächsten Jahres auch für 3,99 bekommen. Ja, das sind so die Daten zu dem Labrador Retriever DLC. Was meinst du, Floki? Ja, ich denke mal, dass der, wenn der wirklich auch gepatcht wird auf den Labrador, der Bluthund, dass er dann auch 5,99 wert sein sollte, oder beziehungsweise dann angeglichen wird. Im Moment kann er halt weniger, deswegen ist es gerechtfertigt, den dann für 3,99 auch noch anzubieten, weil er eben nicht apportieren kann. Und er kann dir zwar bei der Spurensuche helfen, und dafür, wenn du ihn natürlich aus dem Zwinger geholt hast, scheuchte auch Tierarten auf. Also das heißt, je näher ein Tier kommt und dein Hund liegt da oder ist da, und er sitzt da, desto schneller wirst du gesehen. Das darf man dabei nicht vergessen. Deswegen bin ich immer halt der Ansicht, dass ich ihn dann wieder in Zwinger packe, und wenn ich dann wieder Spurensuchen habe, dass ich ihn dann wirklich auch wie ein Werkzeug hervorhole und ihn dann da nutze, nämlich in dem Job, den er auch gut kann. Ja, und wie das Ganze effektiv in Klammern aussieht, in Klammern vielleicht auch nicht effektiv. Das seht ihr jetzt im Gameplay-Teil, denn der Floki und ich, wir werden uns jetzt mal eine schöne Karte raussuchen, und dann werden wir mit unseren Hunden mal ein bisschen jagen gehen, mal gucken, vielleicht auf Wildschwein oder sowas. Das wäre ja mal ideal für die Hunde, schätze ich, oder? So eine Wildschweinjagd liegt ja momentan... Das sind ja Vielseiter, ne? Das ist ja alles möglich. Ja, ich meine, liegt ja aktuell in der aktuellen Zeit, ist demnächst bei uns hier wieder Treibjagd, habe ich gelesen, oder Druckjagd, nennen sie das. Ja. Ja, können wir dann gleich mal reinkloppen. Und für euch ist das jetzt nur einfach ein kurzer Tagsprung. So, wie versprochen, sind da Floki und ich jetzt gerade in Hirschfelden. Und ja, wir haben uns unsere Hunde geschnappt. Links ist meiner, Eika. Und rechts haben wir... Den Gary sitzen. Den Gary, okay. Ist Gary geblieben. So, ich hatte ja bereits in einem Video schon mal vor zwei Jahren, so alt ist das DLC übrigens, das sind die, äh, ist das Bloodhound DLC. Da haben wir noch zwei unterschiedliche Farben. Und wir werden euch jetzt gleich mal ein bisschen was zeigen. Äh, ein bisschen gemeinsam jagen. Bevor wir jetzt durchstarten, will ich noch ganz kurz mal den Zwinger zeigen, weil das ganz wichtig ist. Also, wenn ihr das Bloodhound DLC kauft, dann kriegt ihr die Funktion Zwinger dazu. Und dann könnt ihr, ich weiß gar nicht, gibt es eine Limitierung bei den Hunden? Ne, ne? Wie viel man kaufen kann? Weiß ich nicht, glaube, dass es dann eine gibt schon, aber ich die nicht, ich habe die bis jetzt nicht ausprobiert. Mein Gary reicht mir. Okay, also, es gibt im Grunde, ähm, zwei verschiedene, äh, Stats, kann man so sagen. Zwei, äh, einmal die, oder Erfahrungsstufen. Als Begleiter sammelt man Erfahrungspunkte, wenn man mit seinem, äh, mit dem Hund zusammenarbeitet und das, äh, das Aufspüren, oder als Spürhund, die Einstufung. Dabei ist es natürlich, äh, elementar, äh, was man dem Hund machen lässt und, äh, wie, wie viel der Hund auch machen darf. Letztendlich. Ich nehme, ihr könnt ihn auch einfach da sitzen lassen und warten, alleine jagen, aber es bringt euch nichts. Äh, der Floki hat da ja am meisten Erfahrungen mit von wegen Blutspur hinterherjagen oder hinterher verfolgen. Da kriegt der Begleiterbonus als auch Spürhundbonus natürlich, äh, ja, stufenweise ein Aufstieg. Ähm, Wesenzüge, da gehen wir gleich drauf ein. Ihr könnt neue Hunde, also, wenn ihr Hunde kauft, 45.000 kosten sie. Und ich habe jetzt mal aufgeklappt, äh, das sind die verschiedenen Fellfarben, die es gibt, ne, äh, leberfarbener und hellbraun. Äh, dann gibt es das Ganze noch als Sattel, rot und leberfarben, rot und schwarz. Es gibt verschiedene Farben für den, ich glaube, im Moment eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs sind das mit Fell. Ja, das sind sechs Stück tatsächlich. Und, männlich und weiblich gab, gibt es jetzt mittlerweile auch schon. Gut, ich bin der Meinung, am Anfang gab es nur männlich. Aber okay, äh, kann mich auch irren. Also, männlich und weiblich gibt es auch in diesem DLC. Der erste Hund, ich glaube, den mussten wir auch kaufen, ne? Die Hunde, die waren nicht umsonst, ne? Naja, genau. Okay, muss man auch kaufen. Wenn ihr den habt, 12,7 heißt halt, 12 als Begleiter und Stufe 7 als Spürhund. Das ist das und den könnt ihr auch einfach ganz bequem, wenn ihr Zwinger, wenn ihr den wieder abgeben wollt und nicht dabei haben wollt, dann geht ihr einfach auf Zwinger und dann ist der Hund wieder im Zwinger. Wollt ihr ihn holen, müsst ihr den Hund auf aktivieren drücken und dann habt ihr ihn gleich wieder dabei. Und meiner liegt und der Flogi, ja, unterhält sich oder er hat Blickkontakt mit seinem Gary. Ich gebe ihm nochmal die Füße. Ja, genau. Genau, das könnt ihr auch mit ihm machen. Und zwar könnt ihr könnt ihr dem Hund auch mit Befehlen ja, Sachen geben. Ihr könnt ihn auch so ein Leckerchen mittlerweile kaufen und geben. Also, ihr habt die Befehle Sitz, bleibt Platz, verfolgen. und Fuß. Wenn ich jetzt sage, sitzt, dann macht ihr das auch. Ist vor allen Dingen ganz wichtig, wenn ihr jetzt jagt und ihr geht jetzt zum Beispiel voraus, dann sage ich jetzt einfach, bleibt. Das wird dann natürlich im Fachbereich dann durch diverse Pfeifgeräusche oder Geräusche gemacht, nicht durch direkten Befehlen. Wenn ich jetzt sage, er soll herkommen, dann einfach Fuß. So. und dann kommt er auch und das ist es einfach. Den letzten Befehl, wenn ihr einfach nur einmal kurz B drückt, dann wird er immer auf kommen laufen, also auf den letzten Befehl wird er reagieren. Dann ist natürlich auch wichtig, seinen Hund zu loben. Von weit kann man das machen. und wenn wir näher dran stehen, gibt es noch mehr Möglichkeiten. Komm mal her. Na, was ist? Dann bleibt man sitzen. So, da kann ich aber wenigstens was machen. So, der rennt hier einfach von, der guckt mich gar nicht an. Hallo? Ja. Der ist jetzt sauer, weil die Bindung, ihr seht es rechts, da habt ihr nochmal die, die Stufen und dann habt ihr Fokus, Aufmerksamkeit und die Bindung. Die Bindung müsst ihr sehen, dass ihr die hier oben behaltet, weil sonst hört der Hund euch nicht mehr zu, weil er sich vernachlässig fühlt. Und dann kann man mit ihm spielen. So wie jetzt zum Beispiel Pfote geben. Genau. Und die Bindung sorgt auch wieder dafür, dass der Hund quasi aufmerksamer ist und den Fokus nicht verliert. Je mehr du ihm leckerchen gibst und er dein bester Freund ist, desto treuer ist natürlich auch beim Lossprinten und Spuren finden. Wenn er gelangweilt ist und kriegt kein Futter, hört er auch nicht mehr richtig auf dich und dann verliert die Spuren schneller. Genau. Das sind die wichtigsten... Warum steht der jetzt Agita hinten? Genau. So, und das haben wir jetzt auch gekannt. Jetzt ist er wieder bester Freund bei Bindung. Das ist schon mal ganz gut. Ich weiß nicht, ob du das siehst. Ich habe Leckerchen mit. Den kann ich ihm mal geben. Vielleicht sieht man das dann auch. Ich gehe mal eben hier bitte mal platzen. Aber nicht explodieren hier. Und jetzt gibt es ein Fütterchen. Oder auch nicht. Jetzt kann ich... Nein. Jetzt vielleicht im Sitzen. Mal gucken. Ich glaube, im Sitzen geht das eher. Ja. Ja, jetzt geht's. Oh, lecker. Leckerchen. Wollte man das sehen? Ja, konnte man sehen. Das konnte man sehr schön sehen. Gut. Und dann steigt natürlich auch wieder der... Die Bindung, ne? Steigt dann wieder. Und zwar maximal. Also wenn er mal richtig schlecht gelaunt ist, einfach ein Leckerchen geben. Dann ist er auch wieder aufmerksam und die Bindung ist da. Jo. So viel jetzt zu dem, was euch so am Rande erwartet. Das ist der Grundumfang. Jetzt gehen wir mal ein bisschen in die Action rein. So. Wir hatten jetzt gesagt, wir wollten Wildschweine haben. Ich höre ein Reh, aber... Also, ich habe schon wieder eine Waffen-Bug. Hä? Das heißt, ich sehe meine Waffen nicht mehr. Echt jetzt? Jo. Also, wie man sehen kann, oder auch nicht, das Spiel hat immer noch Wachs, gerade im Multiplayer auch. Nach sieben Jahren fast. Ein bisschen schade ist. Ja. Durchaus. Achso. Ach, ich bin ja auch blöd. Da sage ich jetzt mal nichts zu. Ja, ich vergesse immer was. Ja, da. Da haben wir doch was Feines. Hups. Ich habe doch ein Feines neues Spielzeug. Kann ich auch gleich vorstellen. Der... Wie haben sie das genannt? Das neue Gerät? Zum Locken? Genau. Elektro-Locker? Nee, elektronische Lockpfeife heißt er. Quizdread Pro. Genau. Das Teil ist ganz nett. Also, der Floki und ich haben das schon recht oft jetzt ausprobiert. Und sehr effektiv fanden wir es tatsächlich bei den Wildgänsen. Kann er da gerne? Also, im Prinzip ist es bei allen Tieren effektiv. Also, effektiver als alle anderen Lockmittel, finde ich mittlerweile. Ich habe es bei vielen Tieren getestet, auch im Yukon Valley, bei Elchen. Und habe aber zusätzlich auch noch mit den herkömmlichen Lockern gelockt. Aber dies in Kombination ist einfach unschlagbar. Es kommt komischerweise auch bei dem Elektro-Locker und entweder ist er verpackt oder es ist... Ich kann mir nicht vorstellen, dass es gewollt ist, dass wenn du einen Elch lockst, das dann mit mal zurückzukommen. Aber es war... In der vielen Fall auch auf das Gerät zugelaufen. Ich habe da hinten was entdeckt. Es war nicht unsere... Ich habe leider keine Waffe. Siehst du bei mir eine Waffe bezogen? Nein. Okay, ich kann nämlich... Drücken mal H. Ja, bin ich bei. Habe ich schon gemacht. Ah, da ist sie. Polztern. Ja, das passiert dir immer noch, ne? Mal. Vorabschlägung. So, genau. Wo ist sie denn? Ich bin nervös. Jetzt ist das schon wieder weg. Ah, da ist es. Das macht man unbewusst. Einfach mal H drücken, so. Ja, es ist wie bei V mit mir. C. Entdrücke ich C sind alle Hinweise. Ich wundere mich, warum keine Spuren... Was halt stört ist, wenn du dann eins drückst, dass die Waffe dann nicht wieder gezogen wird. Weißt du? Oder halt, wo du sie liegen hast. Was hat er jetzt gerufen? Der L... Ey, ich dir mit das Reh hier vorne. Ja, ja, aber was hat das gerufen? Gefahr? Hilfe. Hilfe ist... Hilfe. Hilfe. Er weiß doch gar nicht, was mit ihm passiert. Also es sieht aus, als wäre es wachsam. Das heißt, es hat einen Warenruf abgegeben. Okay. War mal ein bisschen unnötig. Oh, noch gar nichts. Oh, der war... Den habe ich sogar gesehen. Der ist im Boden gegangen. Echt? Oh. Ja, da habe ich die Weite nicht richtig eingestellt. Zumal ich gerade das Fernglas gezückt. Treffer. Das war... Das war gut. 240 Meter. Ich nehme mal... Ich nehme mal mit dem Hund... Na, soll er mal arbeiten. Und darf auch mal... Darf auch mal arbeiten. Also ich habe... Ich habe es bisher noch nie gemacht, eigentlich mit... Also jetzt ist unsere... Also der... Der Radius für den Bluthund ist ungefähr 60 Meter im Radius. Da sucht er quasi nach Blutspuren. Und du kannst dir nachher noch einen Perk geben, je nach Levelaufstieg des Hundes, kannst du ihn quasi diesen Radius noch erhöhen und sagen, der geht ja glaube ich bis 120 als Doppelte. Ach ja, Wesenszüge heißt das. Ja, genau. Da habe ich... Ah, da habe ich aufgehört. Genau. Leute, fast vergessen. Jagdhund, Wesenszüge. Hier sind nochmal alle Statusdaten. Und dann unter Wesenszüge könnt ihr den Talentbaum hochjagen. Bis 30 kann euer Tier hochsteigen in der Zusammenarbeit. Und dann könnt ihr halt diese Perks freischalten, wie schnellere erhöhte Bindung oder Hund kann Umwege zugunsten frischere Spuren auslassen und, und, und. Also ihr könnt euch da... Kommando Wolf, das wollen wir nachher noch kurz ausprobieren. Witterung. Es gibt also wirklich verschiedene Sachen, die ihr da freischalten könnt für euren treuen Begleiter. So, jetzt soll er hier... Die Blutspur wird wahrscheinlich da hinten irgendwo sein. Wie, wie, ich würde jetzt für Gary mal den Perk bei Stufe 15 in Perk heulen auswählen. Damit auch heulen. Mal gucken, ob dein... Wie hieß dein Hund noch? Eika? Eika? Ob auch Eika mitheult. Wenn ich die Möglichkeit finde, dass er anfängt zu heulen. Mal gucken. Ey, hier ist doch kein Blutspritzer. Wow. Hier ist der erste Blutspritzer. Hier ist der erste Treffer. So, und hier, verfolgen. Eika sucht. Ah, jetzt wollte ich mal. Guck mal, ob das heul ist. Wollte man das bis zu dir? Nicht so direkt. Na komm, dann komm mal. Jetzt machen wir gleich, wenn wir nebeneinander stehen. Ja. Ich bin jetzt mal gespannt, wie weit das Reh noch laufen wird. 50, 75. Läuft. Mhm. Also, die Postformel ist ungefähr so weit nochmal, musst du nochmal so weit laufen wie von 100 bis 50. Dann hast du quasi die Strecke nochmal, die dir hinterherlaufen muss. Und ich habe einen Fasan gehört, der rechts von mir war. Ja, der ist rechts von mir. Ich glaube, ich schreckte noch gerade auf. Da hinten ist er. Also, ich werde definitiv keinen Bonus kriegen, weil ich. Hat er. Hat er gefunden. Sehr schön. Ja, sehr zuverlässig einfach, ne? Das meine ich halt. Gerade jetzt so auf Feldern ist es vielleicht nicht so sinnvoll. Oder man sagt, warum nimmst du da den Hund für? Aber wenn du irgendwo in dem Dickicht unterwegs bist, und das ist so in New England zum Beispiel der Fall, da gibt es kaum freie Flächen, es ist alles voller Wald und alles voller hoher Büsche, wenn du dann da einen Fuchs geschossen hast und die Spuren irgendwie über Stock und Stein laufen, mal vor und zurück, und der ist vielleicht denselben Weg gekommen, in den er auch noch geflüchtet ist, dann ist schon mal so ein Hund echt hilfreich. Und der hat mir ein paar Mal auch schon mal Tiere gefunden, die ich so nicht gefunden hätte. Oder mit, weiß ich nicht, nur mit grauen Haaren hätte das geendet. Und mit ganz viel Absuchen und Hin- und Herlaufen. Also gerade wenn du mit einer großen Herde unterwegs bist, oder auf einer großen Herde bist, hast du dann den Bock geschossen daraus, und die ganze Herde läuft genau in die Richtung, wo der auch flüchtet. Dann hast du tausende von Spuren. Und dann hast du vielleicht da noch ein Gebiet, wo die in Ruhe gebiet oder so, wo sowieso viele Spuren rundherum sind. Und dann ist es echt hilfreich, dann Hund zu haben, der dann da mal eben kurz durchgeht. Oh, ach nee, das ist mein Lockgerät. Mir hat auch mein eigenes Lockgerät reingefallen. Aber es hört sich auch echt gut an. Zwischendurch dachte ich auch mal, als ich es vergessen habe, dass du es angemacht hast. Mensch, hinter uns eine Sau. Ich glaube, das ist auch zu spät, zu früh dafür. Also Leute, wie... Auch tagsüber unterwegs ist. Wie gesagt, dieses Gerät hat übrigens eine Reichweite von 200 Metern. Wo wir gerade bei Weiten waren, was der Hund abdeckt und was das Gerät abdeckt. Der Vorteil ist halt, ihr müsst erstens keine 20 Locker mitschleppen für die diversen Tiere. Und ihr habt das ja alles hier auf einem Gerät und könnt das bequem aussuchen. Und ihr könnt ja dann auch noch das einfach stehen lassen. Also es ist ja... Das ist total genial. Jetzt höre ich einmal, ob du den Hund hörst. Warte mal. Ja, check. Machen sie beide, wie cool. Ne, hat man ja nicht gemacht. Auch bei mir haben sie beide geheult. So, warte mal. Na, nochmal, ja, das ist echt. Das kannst du eigentlich nicht überhören. Meiner hat nicht geheult. Nochmal. Ne, ist noch einer. Deiner hat gerade auch mitgemacht. Dann mach ich nochmal. Hab ich mal nicht animiert. Aber hören tust du es, oder? Weiß nicht, ob ich da zwei raushöre. Deiner, deiner, deiner jaunschwitz. Der hat jetzt zweimal nur alleine geheult. Aber gerade hat deine Eika mitgemacht. Warte mal, jetzt werden wir zwischendurch mal testen. Achso, die. Mach's. Ne, mach's nicht. Aber da stand irgendwie bei dem Perk auch bei, dass dann im Multiplayer die anderen Hunde auch zwischendurch mit heulen. Aber ja. Das war jetzt wahrscheinlich zu oft hintereinander. Und jetzt habe ich noch einen Perk, den ich mir auswählen kann bei Gary. Nämlich ab Stufe 20. So. Dein Hund hat eine Chance, das von dir verfolgte, verwundete Tier zu markieren. Das nehme ich natürlich mal. Treffer. Zweige. Ja, ich habe den abgeschossen. Ich weiß jetzt nicht, wo die End da war, wo die ganz abgefallen ist. Da kannst du auch Spuren finden mit Eika dann. Ja, aber nicht, wenn das Tier so weit abgeschossen ist. Na, ich gucke mal. Das ist schon gar nicht mehr... 200 Meter oder was schätzt du? Du musst auf jeden Fall in Richtung Nord-Nordwest, also so in die Richtung zum Hügel dahin, wo ich hinblicke, so. Ich würde ja gerne markieren, aber das geht ja... Wo ist bei dem hochgelegen, ne? Rechts. Wo ist schon ein Baum? Ja, nee, geradeaus weiter Richtung Hügel. Da irgendwo habe ich den... Der ist auch schon aus der normalen Sichtweite schon weg gewesen. Den konnte ich nur noch durch meinen Visier überblicken. Ich schaue mal, ob ich das finde mit Gary. Wir folgen mal. Hast du Gary schon den Befehl gegeben mit? Nee, nee. Ich denke, wenn ich noch nicht nah genug dran bin. Eigentlich habe ich den Sichtweite auch so weit, dass ich das alles abblicken kann, wenn das die richtige Richtung ist, Richtung Berg. Und der ist runtergefallen, ganz sicher. Ja, der ist auf jeden Fall gefallen wie ein nasser Sack. Weil wenn die irgendwie aus der, ähm... Naja, aus der Ränder-Distanz rausfliegen, dann verschwinden die Spuren auch. Ach, hier ist er! Hier liegt er doch. Ich habe dran gelaufen. Ah, okay, ja. Ich bin in die falsche Richtung. Oh, Pasaan. Da liegt er, mitten zwischen den Bohren. Naja, gut, nicht das nötige Kaliber, aber ich habe ihn aus 215 Metern getroffen. Mit der 243. Das war sogar männlich. Warte, 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 warte. Ich habe ein Pasaan. Geri, komm, wir holen uns den mal. Wo bist du? Ähm, ein Stückchen weiter vor dir, Richtung Nordwest. Ah, links, alles klar. Komm, Geri. Wer liegt da auf dem freien Feld, der Pasaan? Ich glaube, das ist ein Männchen. Ja, Geri ist aber noch hier bei mir. Hm? Geri, du lächst keine Kekse mit mir. Kannst du? Das war der, der gerade gekräht hat auch. Ähm, der Lichter. Ja, der hat ja halt auch nur einen Hutcheck auf dem Boden hinterlassen, wo ich ihn getroffen habe. So, das soll mir jetzt einer erklären. Ich habe mit der Kalmen 22er geschossen. Das ist ein 1-Klasse. Das ist ein Männchen. Und der hat keine Trophäenwertung. Wieso denn das nicht? Ähm, falsches Kaliber? Nee. Ist alles gut angezeigt. Das musst du dir mal angucken. Nee, komm mal her. Ich lege den wieder zurück und dann guck dir das mal bitte an. Vielleicht kann das ja mal einer erklären, wieso das so ist. Der ist trivial. Auf jeden Art kombiniert. Das verstehe ich nicht. Hä? Ja, der ist da so knapp rechts von der Scheune. Mhm. Irgendwo. Also Leute, stellt euch mal vor, also der Bloodhound hat jetzt noch nicht, also der aktuelle Hund hat nicht die Möglichkeit, euch in dieses Ziel zu bringen. Aber ihr könnt dann tatsächlich am Standort bleiben und der neue Hund, der Labrador Retriever, wird euch den holen. So, oh, ja, sehr, sehr, sehr. Der hat keine Trophäe. Das ist ein bisschen merkwürdig, oder? Männlich, 101,2 Kilo. Und mein Gewehr hat die Munitionsstärke 1 bis 2. Also es ist jetzt nicht, dass ich irgendwas, ich habe die Kalmen halt genommen, ne? 22er Kalmen, das ist genau richtig. Das ist merkwürdig. Ich nehme den jetzt mal auf, scheißegal. Gibt's ein bisschen Money. Nee, schade ums Tier. Das wäre, hätte er auch mal Silber werden können, aber ich verstehe das nicht. Mach das bestimmt schon über alle Berge im Wald, irgendwo. Mhm. So laut wie wir hier sind, müssen wir eigentlich in den Stadtort wechseln. Ähm. Was hältst du denn von, ähm, Müll, Müllerwald? Hm, geh mal vor, ich folg dir. Jo, da habe ich den letzten Auftrag auch gemacht noch. Da war ein bisschen weiter im Osten. Irgendwie, ähm... Was war das denn nochmal? Irgendein Wildschwein erlegen. Ah! Krieg! Ein, ähm... Nee. Was soll ich nochmal? Nee, irgendwie mit, ähm... Atomverseucht oder so. Hä? Rotteratomverseuchter Wildschweine. Die haben irgendwelche Pilze gegessen, die noch von Chernobyl irgendwie verseucht waren. Die sollte man dann umlegen. Und das letzte... War's das, glaube ich? Nee, das war das nicht. So ein anderer Auftrag. Eins der letzten waren Diamantschwein. Okay. War ein Diamantenschwein, was ich abgeschossen hab. Das war... Kriegt man, glaube ich, in dieser Mission, wenn man es gut trifft mit der richtigen Munition, dann automatisch hat man da ein Diamantschwein. Ach, das war in der Mission, okay. Ja. Am Ende einer Mission, vor allem. Gut, wenn du mit einem Falschkaliber draufschießt, ist das dann natürlich das gewesen. Genau. Hätte glücklicherweise alles eingepackt. Einen guten Schluss. So. Wie ist der Plan? Ein bisschen bewaldet gehen, oder? Ja, das ist ganz gut. Ganz gut. Oh. Ja. Ich gehe mal kurz zurück und packe mein elektrisches weg, um dann mal die herkömmlichen locker zu nehmen. Weil der Nachteil bei dem Elektro-Universal-Locker ist, dass du den immer abstellen musst, ne? Und da ist dann an dem Ort, steht er halt rum. Die kleinen Locker, die kannst du ja mitnehmen, ne? Immer wieder die Position wechseln, sprich näher dran gehen und so. Und, was der Nachteil auch noch ist davon, das Ding wiegt 5 Kilo. Also, es ist schon nicht wenig, finde ich so. Nö. Kann er da ganz natürlich, habe ich eh immer mit in der Busstasche. Was haben wir denn da, jetzt ein Reh? Mh. Locker. was mir auffällt mal wieder zum vielleicht zum single player das zum beispiel sachen die die du gerade ausgewählt hast in deinem lager die dann versucht über das menü in deinen kreis zu schieben also weil sie in deine tasche zu stecken auf sagen von 1 bis 0 dass das typ über über lege ist auf jeden fall das dauert echt lange nicht so schön ok passt die übertragungsrate das ist bei der konnektivität immer noch nicht so es hat uns bestimmt geleckt irgendwie bestimmt anderthalb sekunden wo ich quasi den den reh locker versucht habe in das kreis menü zu schienen hat anderthalb sekunden gedauert und dann war er drin zwar reingeproppt und nach wie vor muss ich sagen ist dieses game immer noch eine augenweide also auch nach so einer langen zeit jetzt schon fast im siebten jahr bin ich dieses spiel echt immer noch bombastisch und hast du schon irgendwas gehört ob die dann nachfolger auch mal rausbringen wollen wie lange es zwischen dem klassik hunter und diesen hier wie viel zeit dazwischen liegt solange das spiel hier noch geld abwirft jetzt gemolken aber nicht ein kleiner hund von mir der wusch das sieht man ja auch nicht mehr genau mit plant allein schon das feld ist so hübsch ne recht schön war das von anfang an so stelle auch glänzt hat so ein bisschen ich habe auch ein anderes feld genommen als deiner eine andere frau genommen das kann ich wo mein volk ist ach da ist ja ja was mich interessieren würde ist hören die tiere wenn wir kommunizieren mit den hunden über schiffe verscheuchen wir dann die hast du dann mal drauf geachtet das weiß ich nämlich bis jetzt nicht könnte möglich sein aber wenn die rumlaufen habe ich irgendwo gelesen ist das schon so dass die mehr lautstärke machen als wir wenn wir dann ruhig daneben sitzen wenn die rumursen und so deswegen gibt es ja die funktion auch das hat platz machen sollen und dann und dann ruhig zu sein bei der und gleich noch kommen was wir mit dem ding hier gibt es doch gar keine weiß wedelhirsche oder damals ach so naja das ist klingt ähnlich der ist da unten der dicke ist das der elektro locker ja deswegen kann mir das gerade zum unbekannt vor aber hier gibt es ja nur die geweih rasseln ja ich probiere mal warum man damit auch noch einen knocken kann egal kann ja nicht schaden klingt auf jeden fall genial nicht was schönes einfallen lassen er stoffte vorbei es ist mein hund das soll doch bleiben er kommt nach einer gewissen zeit wenn du aus dem radius bist muss deiner sein meiner ist hier glaube ich ich habe mich schon gewundert warum warum jemand gerade vorbeistapft obwohl ich hier ganz vorsichtig gerade lang hübsch 80 meter wirst du weg meine ja naja du hast du auch ja achsten im augenblick das wird mich gerne interessieren dass einer weiß oder war er ist gekommen tatsächlich auf der flucht hast du erwischt ja eigentlich auch zentral also das gute ist dass du jetzt quasi dann in elektro locker einfach irgendwo hin legt und hier sticht so ein bisschen natürlich hat aber im 50 grad winkel ran dann kriegst du sie nämlich auch besser den schuss gesetzt weil die tiere ja sonst direkt auf die zukommen auf der hat mich direkt angeguckt sogar so ich habe jetzt mal alka angesetzt die kann sich jetzt mal ich komme auch das war ein tödlicher treffer auf jeden fall sagt das system da läuft da läuft sie schon mal kopf ab geht ab wirklicher treffer was gefunden ich glaube schon leider hinten ja bei so einem großen bei so einer großen blutlage das wird wahrscheinlich auch eine mittlere blutung sein ja genau das ist so ziemlich das maxi hat er hat sie gefunden hey braves mädchen da so effektiv mädchen ja so muss ich muss ich loben ja ja die komplexe die die ehre gebührt jetzt ich würde ja gerne streichen aber es funktioniert nicht mal weg bei der muri silber muss ich auch mal treffer war links zwei zentimeter am herzen vorbei nach links oben ganz knapp am herzen vorbei dann hat das herz sogar gestreift sogar so sieht jetzt noch weniger suchen müssen jetzt gleich gelegen wahrscheinlich aber das mit aber jetzt ohne scheiß mit einer 243 er ein und daran 81,3 kilo dunkel gefleckt schön gefleckt auf jeden fall eine schöne farbe beute aufheben und dann hat er streicheln wegen dem aufbau der bindung ja leute so geht das mit dem mit dem spüren und es jetzt also ja wo sei gary überliegt jemand mir ganz faul auf der haut wo jetzt stehst du fast drauf die stimmig gary du wirst nicht mehr gesehen mitscheliger da laufels in der gering und vermerkst du aber vielleicht hörst du gary auch nicht gehört ich höre ihn auch nicht mehr das ist wieder typisch multiplayer also leute der koop modus ist wie gesagt immer noch so ein bisschen an vielen ecken manchmal richtig buggy jetzt hast du gary weggeschoben ja wie gesagt ich sehe ich sehe kein gary mehr hier na gut gary ist schon offline gegangen der ist schon voraus gegangen ja so dann würde ich aber auch sagen das reicht auch schon als impression was der ja das bloodhound dlc bisher geboten hat ihr habt es ja gesehen habe ich ein bisschen gezeigt was die wesenszüge und so weiter angeht wie ihr den hund aus den zwingen holt und 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 wie gesagt dieses dlc gibt es aktuell noch für 390 soll aber anfang des jahres des nächsten jahres dann der preisspanne angepasst werden wo jetzt am 28 november ja der labrador retriever dlc erscheinen wird und den preis von 5.99 bin halt also bekommt bei uns mal gucken 499 oder 599 je nachdem nur die information werden wir wahrscheinlich auch noch kriegen ja das war das reaction video kombiniert mit dem gameplay aus dem bloodhound dlc das reaction video zu dem kürzlichen trailer des labrador retriever dlcs zusammen mit dem lieben flug ihm einem jagdpartner ja danke fürs zuschauen jungs mädels und natürlich seinen treuen begleiter dem gary den wir jetzt leider ja doch gary den wir jetzt nicht mehr sehen weil er mittlerweile ja du bist oft ein stimmt ich sehe ihn noch also was passiert im moment ganz hat es noch was passiert eigentlich wenn er jetzt streichelt mache ich jetzt mal das ist bestimmt lustig wenn er jetzt wieder da ist jetzt verschwindest du bin ich weg ja oh man Zeit aufzuhören Zeit aufzuhören bevor das spiel auch crasht also ihr seht im mehrspieler ist das ein bisschen ist ein bisschen tricky vorhin mit der waffe und jetzt das ähm ihr seht nach so vielen jahren ist es immer noch nicht so in der provinz oh gott das sieht jetzt noch schlimmer aus als vorher jetzt liegen deine beine mitten im berg drinnen geil oh gott oh gott oh gott oh gott so ich glaube ich ich bei jetzt auf weil es jetzt sehr kurios hier wird also liebe leute herzlichen dank für euer interesse hinterlasst ein like wenn es wenn das content wenn der content euch gefallen hat und wie gesagt am 28 november freuen wir uns über einen weiteren hund in call of the wild ne auf in the hunter call of the wild das war ja das video herzlichen dank und bis bald euer gern im bauch bye 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 euch Bis zum nächsten Mal.